Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Armdegiode. Heute geht es um eine Nutzeranfrage von einem meiner Abonnenten, und zwar dem Megatronus 690. Dieser will eine neue Grafikkarte, hat dafür aber lediglich 80 Euro zur Verfügung. Äh, ja, er hat mir gerade eben noch was dazu geschrieben. Ich habe mir jetzt extra mal gefragt, wie viel Geld, also 80 Euro, kann gebraucht sein, ja, kann auch gebraucht sein. Okay, und jetzt suchen wir mal, weil der Herr hätte gerne eine Grafikkarte, womit er auch Spiele auf 1080p flüssig spielen kann. Problem ist, bei 80 Euro, hm, wird eng, aber wir versuchen es trotzdem. Ich habe dazu zwei Grafikkarten rausgesucht, die neu sind und drei gebrauchte. Natürlich werden wir bei den neuen Grafikkarten nicht so was Besonderes finden. So, ich gehe jetzt mal zur ersten, wir fangen mal bei den neuen an. Äh, und zwar bei Mindfactory habe ich die gekauft. Zunächst mal das Bild, was sehen wir hier? Wir sehen Schrott. Wir sehen ganz kleinen Aluminiumkühler auf der Platine, es ist kaum was verbaut. Das war es. Dazu kommt noch, dass diese Grafikkarte tatsächlich nur Mini-HDMI hat, also man bräuchte sogar noch einen Adapter. Diese kostet 73 Euro, ist von NVIDIA GeForce GT 730, hat zwar 4 GB, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die GPU damit fast nichts anfangen kann, sofern diese 4 GB sogar nur mit 64 Bit angeschlossen sind. Das ist natürlich ein Witz, ne? Also der RAM ist zwar schnell, kann man sagen, also 2500 geht so für den Preis, aber es, äh, ja, ich sag mal so, du hast eine Menge Wasser an der Badewanne, aber das Ablaufloch ist zu klein. Also, kommt fast nichts an. GPU zu 902 MHz, das geht so gerade so, aber natürlich nur 384 Shader in Stream-Prozessoren, das ist natürlich wirklich ultra-low. Also, das ist fast nichts. Obwohl ich sagen muss, ich habe Grafikkarten gesehen, die weniger haben. So, das war natürlich, äh, wie gesagt, Links immer in der Beschreibung, ist ja klar. So, das, denke ich mal, war die Palette GeForce GT 730, ich glaube, da braucht man nicht mehr dazu sagen, weil ich halte von der Grafikkarte eigentlich fast nichts. Vor allem, wie gesagt, 64-Bit-Speicher-Interface, deswegen habe ich das Pendant von AMD gesucht. Das sieht dann so aus, das sieht schon mal ganz anders aus, kann man sagen, also da hat man auch mal einen Kühlkörper. Gut, der Plastik, das verkleidet jetzt nur, aber immerhin ist was vorhanden. So, äh, diese Grafikkarte hat natürlich noch 2 GB, das ist jetzt, denke ich, und kostet auch 2,25 Euro mehr. Denkt man jetzt vielleicht, hm, 2 GB ist ja nur die Hälfte, aber dafür haben wir 128 Bit. Die ist zwar auch langsamer, also ist langsamerer RAM, weniger RAM, aber er kommt schneller durch. Also, theoretisch kann man sagen, hat sie es wieder aufgehoben, vielleicht sogar hat man ein kleines Plus. Und sie ist natürlich vom GPU auch ein bisschen schneller. Die andere hatte, glaube ich, wie viel hat die? 902, nee, doch, 902 MHz und die hat 970, also kann man sagen, 70 MHz mehr am GPU. Das ist natürlich auch ein bisschen was. Ähm, ja, Speichertakt haben wir soweit. Der Stromverbrauch ist natürlich auch ein bisschen höher, aber da, denke ich mal, kann man das Ganze noch ein bisschen übertakten. Vor allem, weil sie schon mehr Strom verbraucht und der Kühler auch dementsprechend etwas größer ist, weil ganz ehrlich, bei der Grafikkarte hier, hm, da hätte ich Angst, wenn ich die übertakte, dass mir der kleine Lüfter da drin schmilzt. Und da sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, deswegen, hm, könnte man übertakten, muss man nicht, sollte man bei Low-End-Sachen sowieso nie machen. Und, äh, ja, das war dann die Radeon R7 350, 2 GB und wir gehen jetzt zu den gebrauchten und da haben wir ein paar Sahnenstückchen dabei, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir fangen an mit NVIDIA. Und zwar haben wir eine Palit NVIDIA GeForce GTX 670 mit 2 GB. 670 ist natürlich jetzt schon so zwei, nee, drei Generationen älter als das Topmodell, aber sie ist funktionsfähig. Also, wir sehen hier 100% Bewertung, positiv, und hat schon über 360 Sachen verkauft, sollte passen. Äh, der Herr hat jetzt hier auch die Box mit dabei, das heißt, wir sehen hier auch die Kabeladapter haben wir da. Wir haben die Grafikkarte sogar verpackt dabei, hier ist nochmal entpackt, ist natürlich ein Radiallüfter, ist nicht so das geilste, so ein Radiallüfter, aber es geht. Zumindest bei NVIDIA sollte es da geräuschtechnisch recht wenig Probleme geben. Äh, was sehen wir hier, GPU Boost, schön, 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 schön. Ja, drei Wege Slides, oder SLI für den Peter, den Hurensohn. Entschuldigung, musste ich jetzt mal loswerden, ich hasse den. So, ähm, 2 GB RAM ist klar. Jetzt haben wir hier natürlich ein paar Daten, darauf verlasse ich mich aber nicht. Wir haben hier zum Beispiel RAM-DAC, also RAM-Geschwindigkeit 400 MHz. Das kann nicht stimmen. Deswegen habe ich auf diese Seite geschissen und habe mir das Ganze einfach beim Hersteller rausgesucht. Hier ist es genau dieselbe Grafikkarte. Wir haben einen Chip-Takt, also, äh, oh, hier, Boost, ach, beides dasselbe, okay. Also, GPU liegt an 915 MHz, das geht. Speichertakt liegt an GDDR5 1500, na, das ist schon mal was anderes. Effektiver Speichertakt wäre dann mal 2, also 3000. Wir haben 256 Bit, oder die Waldfeder, das ist schon mal viel. Ja, gut, das, hm, weiß ich nicht, lassen wir mal so stehen. Äh, Shader-Einheiten, also, so, 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 so. Da haben wir 1.344. Ja, ich glaube, wir haben R32 und das sind die Geschwindigkeiten dazu. Das schon, das kommt schon eher hin. Die haben das hier ein bisschen komisch zusammengepackt. Ähm, ja, Gigaflops, das interessiert keine Sau, interessiert auch keine Sau. Gut, 170 Watt, naja. Ja, also, gerade bei Nvidia-Schlucken, die doch gerne mal ein bisschen mehr als draufsteht. Also, ich würde jetzt mal sagen, so 200 Watt schluckt die bestimmt. Weil die ist schon relativ monströs. Aber gut, egal. Ach, guck mal hier, plus minus 11 Watt, äh, 12. Okay, alles klar. So, Vulkan haben wir, Shader-Modell, Schnitt, äh, gesamte Durchschnitt, Kühlung, ein Real, das wissen wir alles. Zweimal DVI, HDMI haben wir und Displayport haben wir, also alles dabei. Externe Strom, ja, das 2x6-Pin, ist klar, Kabel haben wir auch dabei. Äh, d-d-d-d-d, äh, G-Sync. Habe ich noch nie was von gehört, aber egal. So, die Grafikkarte wäre schon mal eine Empfehlung. Weil mit der kann man, ähm, zumindest nach den Daten her, kann man damit eigentlich schon alles heutige auf 1080p spielen. Wie hoch dann letztendlich die Einstellungen sind, das ist nochmal was anderes. Ich sage jetzt mal ARC, naja, also ich habe meine GTX 470 gehabt. Die hatte, glaube ich, 1,2 GB RAM. Und ich konnte mit dieser Grafikkarte tatsächlich schon ARC auf hoch spielen. Also zwischen Mittel und Hoch. Also mit dieser Grafikkarte sollte es auf jeden Fall möglich sein, auf hoch zu spielen. Aber auf EPIC mag ich zu bezweifeln. Dann muss auch schon der Rest des PCs stimmen dann. Dann wäre es vielleicht möglich. Wir sehen hier auch schon Preistendenz ab 250 Euro knapp. Kann man anscheinend immer noch kaufen, keine Ahnung warum. Aber wir kriegen sie natürlich für 74. Also einmal pro Stunde aufgerufen. Wer sich weihen will, 25 Tage ist noch drin und 20 Stunden. Dann zuschlagen und kaufen, ne. Kaufen, kaufen. Ebay halt. So, hier haben wir noch eine. Oh, ja. Also die könnte ich jetzt vom Kühler her empfehlen, aber... Naja. Okay, bleiben wir dabei. Okay. Also das wäre auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr anständiges Produkt, kann man sagen. Also damit kann man was anfangen. Wir gehen... Und natürlich, wie gesagt, SLI. Also wenn man mal das Geld dazu hat, kann man sich noch eine zweite kaufen. Dann läuft das doppelt. Aber Radiallüfter. Nicht so geil. So, gehen wir weiter. Die nächste Grafikkarte. Ein etwas älteres Modell. Und zwar eine Gigabyte Radeon 6970. Die ist jetzt doch schon ein bisschen was älter. Ich glaube sogar einiges älter als die 670. Aber wir haben 900 MHz overclocked, also OC. Die ist schon overclocked und man kann die da mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen weiter übertakten. Und dazu kommt, bei Radeon ist das Ganze ja ein bisschen anders aufgesplittet, die Modellbezeichnung. Und zwar die 6000 ist in dem Fall die Modellreihe. Die 900 und die 70 sind in dem Moment das, was die Stufe des Ausbaus angeht. Umso höher, umso besser. Das heißt, die 970 ist eine Stufe vor Topmodell. Es gibt noch eine 990. Das ist das absolute Flaggschiff, also höher geht es nicht. Und die 970 ist direkt darunter. Ist aber eigentlich dieselbe Grafikkarte, bedeutet nur, die ist untertaktet. Also ein bisschen runtergeschraubt. Aber selbst hier OC, also sollte passen. 2 GB RAM haben wir. Natürlich haben wir hier unten so gut wie nichts stehen. Deswegen wieder ab zur Herstellerseite. Haben wir hier einen Core-Takt von 900 MHz. Memory Clock 5500. Das ist schon mal einiges mehr als bei der NVIDIA. Wir haben, ja gut, das juckt jetzt nicht. 2 GB, auch 256 Bit. Also keine Nachteile. Wo haben wir denn hier? Eigentlich wollte ich die Stream-Prozessor noch zeigen. Zeigt der mir nicht an. Ja, also das kommt schon eher hin. Okay. 775, ja, okay. Also die würde insgesamt, so wie ich das hier lese, 225 Watt Max beziehen. Das kommt auch in etwa hin, weil die alten AMD Grafikkarten, oder damals noch ATI, die alten ATI Grafikkarten, das waren echte Schluckspechte. Also die waren schon ein bisschen pervers. Aber wir können festhalten, 900 MHz. Lass mal zeigen hier, Palit hatte 915. Also, auf die 15 MHz können wir auch kacken. Äh, da. Und ja, der RAM ist natürlich um einiges schneller, also würde diese Grafikkarte sich sogar noch etwas mehr anbieten. Aber bevor wir jetzt kaufen klicken, ich habe noch ein anderes Modell. Diese hier ist sowieso etwas monströs, sage ich mal. Sehr monströs. Also sie ist riesig. Ich hatte ja selber schon mal eine ähnliche Grafikkarte schon mal gehabt. Und ach, das war Wahnsinn. Das Ding hat sogar einen Ständer am Gehäuse gehabt, damit es nicht runter bricht und den PC-Express abreißt. Wir haben hier Displayport, ist das Displayport? Das ist der große Displayport, ja. Dann HDMI und zweimal DVI. Das passt soweit. Ist natürlich ein bisschen schmutzig. Ja, hier haben wir die einmal 8, einmal 6. Aber auch wieder 100% positiv und einiges verkauft. Also vertrauenswürdig. Ansonsten schreibt da nicht viel dabei. Ja, naja. Ja gut. Passt so, ne? Kann man lassen. So, und jetzt gehen wir zum letzten Modell, was wir haben. Das ist mein persönlicher Favorit. Und zwar das hier. Sieht erstmal ein bisschen spektakulär aus, das Ding, muss ich sagen. Normalerweise gibt es da auch andere Kühleranlagen dafür. Also das ist jetzt doch schon sehr abenteuerlich. Aber es geht ja um die Grafikkarte an sich. Und ich hatte fast genau dieselbe. Ich hatte nämlich eine 7970 und das ist eine 7950. Das heißt direkt darunter als das, was ich hatte. Diese Grafikkarte ist unter anderem auch bekannt. Die 7970 ist auch unter anderem unter dem Namen bekannt. Ne, halt. R9 280X. Genau. Das ist eigentlich genau dieselbe Grafikkarte wie die. Könnt ihr mal googlen. R9 280X ist genau dasselbe. Nur andere RAM-Werte. So, ansonsten die Grafikkarte. Also kann man echt haben. So schlimm ist die eigentlich nicht. Wir haben natürlich wieder einen Radiallüfter am Ende. Gut, bei dem Preissegment muss man auch irgendwo Abstriche machen. Also laut wird die bestimmt. Also ein bisschen Lautstärke hat sie schon. Aber sie ist auf jeden Fall vom Kühler her dürfte es passen. Also gut bestückt ist sie. Der Herr hat wahrscheinlich wieder... Oh, doch. Er hat was dabei. Ja, 500 oder mehr. Das glaube ich aber auch. Aber wir gehen natürlich wieder zur Herstellerseite. Die haben wir hier. Und hier können wir schon sehen. Wir haben einen Cortakt von 800 MHz. Wobei ich mir sicher bin, dass die übertaktet ist. Was haben wir denn hier stehen? Boost Clock. Ja, mhm. Aber was für ein Clock? 850. Ah, Boost Clock 925. Das glaube ich nämlich eher. Meiner hatte nämlich auch über 900. Dann sind hier natürlich die Werte wieder falsch. Super. Was haben die nur für Probleme mit ihrem Scheißwert? Okay. Also lassen wir mal so stehen. 925 glaube ich auch. Weil meiner hatte damals auch über 900 gehabt. Und ich hatte ja fast dieselbe. Also 925 denken wir mal hier hin. Das wäre dann somit von dem Trio das schnellste. Oder von allen glaube ich die schnellste, glaube ich. Also zumindest von den Gebrauchten die schnellste. Memory Clock 5000 MHz. Wenn wir mal gerade gucken, was die hier hatte. 5.500. Ja gut. Das war aber auch fast top of pop. Also 5000 MHz geht trotzdem klar. Kann man auch übertakten. Weil hier weiß ich, ist der RAM auch gekühlt. Wir haben 3 GB RAM. Somit 1 GB mehr als alle anderen. Und wir haben den Vorteil, speichern der Face nochmal 124 Bit fetter. als zum Beispiel diese Karte, diese Karte oder diese Karte. Also haben wir hier eindeutig die beste Performance und die beste Leistung. Und ja gut. Ich finde es immer geil, wie Erweiterungen mittlerweile immer nur als Icon eingezeigt werden. Und dann klatscht man einfach den ganzen Monitor voll. Da muss es schon gut aussehen. Ja passt. Gut. Was haben wir hier? Können wir da noch irgendwas ablesen? Ja Bit ist auf jeden Fall geil. Das ist geil. Das ist nicht so geil. Aber haben wir schon gesehen. Ist höher. Ja passt. 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 CD-ROM 12. Alles klar. Okay. Also das wäre eindeutig die dickste Grafikkarte. Also ich mache hier nochmal die Vergleichsseiten zu. Also haben wir die Wahl zwischen... Ich mache mal alle groß. Äh? 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 Ah. So. Also haben wir die Wahl zwischen... Äh... Neue Billig-Scheiße, die richtig scheiße ist. Dann haben wir die Wahl zwischen... Neue Billig-Scheiße, die... Ein bisschen scheiße ist. Und wir haben die Wahl zwischen... Alten Veteranen ihres Gebiets. Allerdings 2 GB 256 Bit. 2 GB 256 Bit. Und 3 GB 384 Bit. Also letztendlich, das wäre beste Modell. Und wir sehen auch von den Bildern her, naja, also... Das Layout wird mir eigentlich am besten gefallen. Aber wir bleiben dabei. Also zumindest ich würde das jetzt empfehlen. Der Herr hat zwar hier stehen 80 Euro. Versand nochmal 6 Euro dazu. Würde ich empfehlen, einen Preisvorschlag zu senden. Mit genau 74 Euro. Das heißt, mit Versand wäre man dann genau bei 80. Würde ich jetzt empfehlen, könnte man so machen. Wird er bestimmt annehmen. Und dann ist ja die Grafikkarte los. Und ihr habt was Geiles zum Zocken. Und ich denke mal, damit dürfte es bei ARC eigentlich keine Probleme geben. Ich kenne nämlich einen, der Jordan. Der hat fast dieselbe Grafikkarte. Der hat natürlich eine 280X. Aber es ist ja fast dieselbe Karte. Und bei ihm läuft ARC auf den höchsten Einstellungen flüssig. Also ich denke mal, da sollte es kein Problem geben. Ich nehme immer ARC als Benchmark, weil es sehr grafiklastig ist. Aber ansonsten sollte auch alles andere mehr als dicke laufen. Also GTA 5 wird wahrscheinlich mit 300 FPS flöten oder so. Keine Ahnung. So, das war es von mir. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Und ich hoffe, es hat dir geholfen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.